Hey Artem, am nächsten Donnerstag hast du die große Chance, dir dein Ticket nach Rio zu holen. Leider bin ich gerade im Trainingslager und kann nicht bei deinem Kampf dabei sein, aber ich wünsche dir alles alles Gute, viel Erfolg und hau den Gegner um und hol dir dein Ticket nach Rio. Die besten Grüße aus dem Trainingslager wünscht dir dein Erik. Von Kampfsportler zu Kampfsportler, viel Erfolg bei deinem Kampf und du holst dir das Ticket. Moin Artem, ich habe gehört du kämpfst jetzt um die Olympia-Quali. Wir Hockeyspieler haben ja die Quali schon geschafft. Wir drücken dir alle die Daumen, dass du es auch schaffst. Wir haben zeitgleich hier das Hamburg Masters, bereiten uns hier auf die EM vor und wir wollen unbedingt vorbeikommen und dich anfeuern. Also wenn du laute Hockey-Jungs schreien hörst, dann sind wir das in der Halle. Gib alles, wir sind hinter dir. Deine Hockey-Jungsschreien Vielen Dank.